Ich bin seit vielen Jahren Reiseveranstalter nach Russland und ich habe mir jetzt überlegt, ich gehe wieder nach Afrika. Ich war 1978 dort mit einem Missio-Projekt und das Leben in Afrika. Ich will da wieder zurück und auch mit neuem Schwung und denken, was hätte ich doch alles in jungen Jahren noch machen können. Und ich will jetzt hier auf Krautfrauen Geld sammeln, damit ich den Leuten auch wirklich Hoffnung bringen kann, etwas anschließend zu machen und dass ich nicht einfach die Info-Reise mache und einmal dort gewesen bin. Und ich bin auch Liedermacher und ja, das Lied, ich stimme es kurz an, es gibt mir Geld. Das ist eines von 50 Liedern, was ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Gib mir Geld, du ich kann ja nichts verschenken, was soll denn andere denken? Das Geld muss Arbeit lenken. Gib mir Geld, muss ich in die Kollekte geben, ich darf dann im Himmel schweben, vom Geld müssen wir alle leben. Gib mir Geld. Eine Kasse muss immer sein, schmeiß mir ordentlich rein, denn Geld lässt uns stets glücklich sein. Ich habe das Lied jetzt nur kurz angestimmt. Die Strophen sind natürlich viel origineller. Ihr seht die alle bei mir auch im Internet. Ich gehe dann auch in die Ukraine, will noch ein paar Lieder vernoten und freue mich auf eine spannende Zeit in Ghana. Zwei Leute können mitkommen. Auf alle Fälle, egal ob das Projekt jetzt in Krautfrauen klappt oder nicht, ganz herzlichen Dank und schöne Zeit. Euer Stefan Euer Stefan Euer Stefan Untertitelung des ZDF, 2020